Achtung, in dieser Folge werden verstörende und brutale Inhalte thematisiert. Falls du dir diese nicht anhören möchtest, schalte entweder jetzt ab oder schaue in der Folgenbeschreibung, zu welchen Punkten du spulen musst, um diese nicht anhören zu müssen. Hallöchen, hier sind wieder Julia und Julian und zusammen sind wir gemeinsam durch die Finsternis. Wir begrüßen euch heute zur bereits schon dritten Folge, wer mag das glauben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer noch aufgeregt. Ich auch. Ich kann es auch immer noch nicht glauben, dass wir schon zwei Folgen veröffentlicht haben. Wahnsinn. Und jetzt sind wir sogar auch auf Spotify zu hören. Also wer uns nicht unbedingt auf YouTube anhören möchte, der hat auch die Möglichkeit, auf Spotify zu gehen. Da heißen wir auch gemeinsam durch die Finsternis und da kann man uns auch hören. Und auch wenn wir Umfragen starten, da seine Antwort drüber geben. Das hat ja in der zweiten Folge auch ziemlich gut geklappt. Ich muss sagen, Team Weiß hat gesiegt. Die meisten haben tatsächlich geantwortet, dass ihnen die weiße Frauengestalt gruseliger vorkommt. Gut, bin ich in der Unterzahl, aber so ein paar haben das ja auch geschrieben. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Ich bin extrem müde auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eine sehr schlaflose Nacht hatte, weil meine Katze meinte, sie müsse raus mitten in der Nacht und hat dadurch auch noch den Hund geweckt. Und dann waren hier irgendwie alle Tiere aktiv. Mein Mann nicht, aber ich. Und dann dauert das ja auch immer so ein bisschen, bis man wieder eingeschlafen ist. Was glaubst du denn, wie lange kann man eigentlich am Stück wach bleiben? Ich schätze mal so 100 Stunden. Mit Aufputschmitteln kann man angeblich bis zu 14 Tage am Stück wach bleiben. Amphetamine, Methamphetamine oder so, habe ich mal gehört. Allerdings ist man dann auch nicht mehr ganz zurechnungsfähig und sieht ganz furchtbar aus. Ja, das stimmt. Aber der Weltrekord am Stück wach bleiben liegt tatsächlich bei circa 11 Tagen. 11 Tage? 11 Tage ohne Wachmacher hat es jemand geschafft, am Stück wach zu bleiben. Diese Rekorde werden aber allerdings nicht mehr im Guinness Buch der Weltrekorde erfasst, weil man irgendwann gesagt hat, das ist zu gefährlich, das machen wir nicht mehr. Und deswegen ist dieser Hype um diesen Rekord mittlerweile abgeflacht. Ja, vollkommen zu Recht. Ich glaube, der Schlafentzug auch zu Todesfällen führen kann. Das passiert tatsächlich nicht. Es passiert aber einiges mit dem Körper, wenn du alleine schon 24 Stunden wach bist. Nach 24 Stunden ohne Schlaf nehmen nämlich unsere kognitiven Fähigkeiten schon langsam ab. Das heißt, unsere Konzentration und unser Gedächtnis und so weiter sind schon sehr stark beeinträchtigt. Deutliche Defizite haben wir dann auch schon, was unseren Geruchssinn angeht. Oder auch die Lichtempfittlichkeit nimmt zu. Sowie die eigene Körperwahrnehmung wird abgeschwächt. Man ist übrigens auch schneller gereizt. Das habe ich auch, wenn ich nicht 11 Tage am Stück wach bin. Das habe ich auch schon, wenn ich einfach zwei, drei Stunden zu wenig geschlafen habe. Tatsächlich passiert es nach 24 Stunden auch schon, dass das Immunsystem deutlich geschwächt ist. Also man ist infektanfälliger. Und die Körpertemperatur sinkt. Also man fängt an zu frieren. Das kennt, glaube ich, jeder. Wenn man müde ist, übermüdet, dann fängt man an zu frieren. Dann ist einem kalt. Dann sagen Frauen immer Hungerpipi kalt. Und was ich am interessantesten finde, man bekommt Heißhungerattacken. Also man hat richtig Lust auf Fastfood sozusagen, weil das Belohnungssystem im Gehirn irgendwie falsch gesteuert wird. Und dadurch hat man Heißhungerattacken, wenn man zu wenig schläft. Und das erklärt, glaube ich, auch so einiges bei mir. Die University of Chicago hat einen Test an Ratten durchgeführt, um zu gucken, wie lange Tiere oder auch Menschen durchhalten, ohne zu schlafen. Diese Ratten sind nach 21 Tagen leider verstorben. Das lag aber nicht daran, dass sie einfach nicht geschlafen haben, simpel. Sondern, dass sie durch das geschwächte Immunsystem und allem drumherum krank geworden sind, auch Tumore entwickelt haben. Und somit dann auch nach 21 Tagen verstorben sind. Du siehst, die Wissenschaft hat sich sehr intensiv schon mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Es gibt ja auch ganz viele Schlaflabore und sowas. Wir beide gehen jetzt zurück in die 40er Jahre. Deutschland überfällt am 22. Juni 1941 die Sowjetunion und beginnt somit innerhalb des Zweiten Weltkrieges den Deutsch-Sowjetischen Krieg. Beendet wird dieser, ebenso wie der Weltkrieg auch, in der Schlacht um Berlin am 2. Mai 1945. Während dieser schrecklichen Kriegszeit sind viele Soldaten in Kriegsgefangenschaft geraten und mussten dort unter teilweise schlimmsten Bedingungen ihr Leben lassen. Auf einer sowjetischen Geheimbasis führten Wissenschaftler unmenschliche Experimente an Gulag-Insassen durch. Eines dieser Experimente kursiert seit langer Zeit im Internet unter dem Namen Das russische Schlafexperiment und gilt als eine der bekanntesten Creepypastas weltweit. Hierbei wurden fünf Gulag-Insassen die Freiheit versprochen, wenn sie an einem Experiment teilnehmen würden, in dem sie für 30 Tage in einen mit Gas gefüllten Raum eingeschlossen werden, wobei das Gas auf Wachmachern basiert und sie am Schlafen hindern soll. Alle fünf Soldaten willigten mit der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen mit ihren Familien und der Wiederkehr in die Heimat ein. Sie wurden also daraufhin in einen Raum gesperrt, der mit dicken Bullaugenfenstern versehen war. Sie bekamen Mikrofone angeheftet, die zu ihrer ständigen Kontrolle beitragen sollten. Die Technik von damals war ja nicht so fortgeschritten wie heute, also da war das ja mit Kameras und so noch nicht so auf dem neuesten Stand. Der Raum, in den meisten Übermittlungen auch Kammer genannt, war ausgestandet mit nackten Liegen, einigen Büchern, einer Toilette, fließendem Wasser und ausreichend Nahrung für die geplante Zeit. Die ersten fünf Tage verliefen relativ ruhig. Den Aufzeichnungen zufolge führten die fünf Männer wiederholende Gespräche über traumatische Ereignisse aus ihrer Vergangenheit. Ab dem vierten Tag wird lediglich festgehalten, dass die Stimmen der Männer deutlich dunkler wurden. Nach Beendigung des fünften Tages begannen alle damit, sich über die Situation zu beschweren und jeder entwickelte ernsthafte Wahnvorstellungen, geprägt durch Misstrauen und feindseelige Haltung. Alle begannen damit, abwechselnd in die Mikrofone und zu den Bullaugen zu flüstern, und schwätzten sich gegenseitig an, mit dem Hintergedanken, sie können so das Vertrauen der Wissenschaftler gewinnen. Hierzu wurde festgehalten, dass die Wissenschaftler davon überzeugt waren, dass dieses Verhalten die Nebenwirkung des Gases sei. Als neun Tage vergangen sind, fing einer der Männer plötzlich an zu schreien. Er rannte rastlos den Raum auf und ab und schrie dabei ganze drei Stunden lang aus voller Kehle. Alsfolgedessen zerfetzte er sich die Stimmbänder und seinem Mund entwichen nur noch seltsame, quietschende Geräusche. Als Überraschung wurde allerdings das Nichtreagieren der anderen vier Männer im Raum empfunden. Diese flüsterten unbeirrt weiter in die Mikrofone, bis auch der zweite von ihnen anfing zu schreien. Die drei weiteren nahmen sich die in dem Raum befindlichen Bücher, rissen die einzelnen Seiten heraus, beschmierten diese mit ihren Exkrementen und klebten damit die Gläserfenster der Bullaugen zu. Plötzlich stoppte kurz darauf das Schreien sowie das Flüstern und eine Totenstille erfüllte den Raum. Durch die zugeklebten Fenster blind versuchten die Wissenschaftler in den nächsten drei Tagen stündlich die Mikrofone zu checken, da es eigentlich unmöglich war, keinerlei Geräusche aus einem Raum zu erhalten, in dem sich ganze fünf Personen aufhalten. Die Sauerstoffkontrolle zeigte allerdings an, dass alle fünf Männer noch am Leben sind. Der Sauerstoffverbrauch war allerdings so hoch, als befänden sich Menschen, die schwer trainiert oder sportlich aktiv sind im Raum. Am Morgen des 14. Tages schließlich entschlossen sich die Wissenschaftler entgegen ihrer Vorschriften, die Gegensprechanlage zu nutzen. Ihre Hoffnung bestand darin, endlich eine Antwort der Männer zu erhalten, von denen sie befürchteten, sie wären mittlerweile hirntot oder bereits gar verstorben. Mit den Worten, wir öffnen jetzt die Kammer, treten Sie von der Tür zurück und legen Sie sich auf den Boden, sonst werden wir schießen, nahmen sie Kontakt auf. Außerdem versprachen sie durch Befolgung der Anweisung die sofortige Freilassung aller fünf Männer. Nach kurzem Warten folgte als Antwort aus der Kammer ein einziger, ruhig gesprochener Satz. Daraufhin brach eine hitzige Diskussion zwischen den Wissenschaftlern und den Geldgebern aus. Schlussendlich wurde um Mitternacht des 15. Tages entschieden, die Kammer zu öffnen. Zuerst wurde dem Raum das Gas entzogen und frische Luft zugeführt. Sofort raunten Einspruch erhebende Stimmen durch die Mikrofone der Männer. Drei davon flehten regelrecht, das Gas wieder einzuleiten. Trotz alledem wurde die Kammer geöffnet und bewaffnete Soldaten traten hinein. Ein lautes, ohrenbetäubendes Schreien drang ihnen entgegen und nach einem kurzen Moment der Orientierung stockte den Soldaten der Atem, als ihnen das Ausmaß des schrecklichen Geschehnisse innerhalb des Raumes direkt vor Augen lag. Vier der fünf Männer waren noch am Leben, auch wenn man ihre körperliche Verfassung kaum so nennen mag. Es wird deutlich, dass die Essensrationen im Raum kaum angerührt waren. Der bereits verstorbenen, auf dem Boden liegenden Person wurden große Stücke ihrer Haut am Oberschenkel und von der Brust gerissen, um mit diesen den in der Mitte des Raumes befindlichen Abfluss zu verstopfen. Aus diesem Grund war der gesamte Raum mit ca. 10 cm hohem Wasser gefüllt, welches durch die Verbindung mit Blut eine leuchtend rote Farbe aufwies. Allen vier überlebenden Männern fehlten große Stücke der Haut mitsamt der darunterliegenden Muskeln. Ihre Hände waren besonders im Bereich der Fingerspitzen verletzt, sodass die Vermutung aufkam, sie haben sich das Fleisch vom Körper mit den eigenen Händen heruntergerissen. Die Position sowie die Winkel der Wunden gaben Aufschluss darüber, dass jeder seine Wunden selbst zugefügt hatte. Hinzu kam, dass sich die Männer alle Bauchorgane unterhalb des Brustkorbes herausgenommen und neben sich auf dem Boden drapiert haben. Adern und Organe waren allerdings noch intakt. Obwohl Herz, Lunge und Zwerchfell noch im Brustkorb lagen, war die Haut so weit zerfetzt worden, dass man diese offen sehen konnte. Beim weiteren Betrachten war zu erkennen, dass die herausgenommenen und neben den Männern aufgereihten Verdauungsorgane im Verdauungsprozess waren. Da allerdings kein Essen von Lebensmittelvorrat fehlte, ließ sich daraus schließen, dass was sie dort verdauten, ihr eigenes, vom Körper gerissenes Fleisch war. Obwohl die meisten der dort stationierten Soldaten diverse Spezialausbildungen hatten, verließen diese fluchtartig die Kammer und weigerten sich vehement, diese erneut zu betreten. Währenddessen fuhren die vier Männer weiter mit dem Schreien fort und boten verzweifelt darum, das Gas wieder einzuleiten. Sie hatten panische Angst vorm Einschlafen. Trotz der Weigerung, die Kammer erneut zu betreten, erhielten die Soldaten den klaren Befehl hineinzugehen und die Männer aus dem Raum zu entfernen. Bei diesem Versuch kämpften die Männer so stark gegen die Soldaten an, dass ein Soldat sein Leben verlor, weil ihm die Kehle herausgerissen wurde. Ein anderer wurde schwer verletzt, als ihm durch Bisse in den Oberschenkel die große Arterie durchtrennt wurde. Fünf weitere verloren ebenfalls ihr Leben, da sie durch diese traumatischen Erlebnisse den Freitod wählten. Einer der vier Männer wehrte sich so stark gegen die Soldaten, dass ihm während des entstandenen Kampfes die Milz riss. Die Wissenschaftler wollten ihn beruhigen und spritzten ihm die zehnfache Dosis Morphium. Seinen erbitterten Kampf gegen das Einschlafen führte er trotzdem fort, wobei er sich wie ein aufgescheuchtes, in die Ecke getriebenes Tier verhielt. Durch die Verletzung war er irgendwann so ausgeblutet, dass sein Herz zum Stillstand kam. Trotzdem schrie und zuckte er noch für weitere drei Minuten lang. Dabei versuchte er immer noch, alle in seiner Nähe befindlichen Personen anzugreifen und wiederholte stetig ein einziges Wort. Mehr. Die übrig gebliebenen drei Männer wurden auf eine medizinische Station gebracht, immer weiter bettelnd, man solle ihnen das Gas zurückgeben. Der am schwersten Verletzte wurde sofort in einen OP-Seil gebracht, um dort seine Organe zurück in den Körper zu platzieren. Während den Vorbereitungen stellte man allerdings entsetzt fest, dass er immun gegen das Betäubungsmittel war, welches ihn in den Schlaf versetzen sollte. Ein Narkosogas sollte also die Lösung sein, woraufhin er anfing, sich so stark gegen seine Fesseln zu wehren, dass die fast zehn Zentimeter dicken Lederriemen an Armen und Beinen anfingen zu reißen. Selbst ein hundert Kilogramm schwerer Soldat, der zusätzlich versucht hatte, den Mann zu fixieren, kam kaum gegen seine starken, zappelnden Bewegungen an. Ein wenig mehr also des Narkosegases half, dem Mann zu narkotisieren und sobald seine Augenlider flackerten, stoppte abrupt sein Herz. In der anschließenden Autopsie wurde festgestellt, dass das Blut des Mannes dreimal so viel Sauerstoff enthielt als bei normalen Menschen. Außerdem hatte er sich selbst während des Kampfes gegen die Fesseln insgesamt neun Knochen gebrochen. Der nächste Überlebende war der, der sich durch sein stundenlanges Schreien die Stimmbänder zerfetzt hatte, Durch die verlorengegangene Fähigkeit zu sprechen, war es ihm nur möglich, durch heftiges Kopfschütteln deutlich zu machen, dass er keine Narkose möchte. Als schließlich jemand vorschlug, die OP ohne Narkose durchzuführen, nickte er zustimmend zu. Während der gesamten sechs Stunden langen OP, in der die Abdominalorgane ersetzt und mit der restlichen Haut abgedeckt wurden, reagierte der Mann in keinster Weise. Wiederholend sagte der behandelnde Arzt, es ist unmöglich, dass der Patient noch am Leben ist. Eine assistierende Krankenschwester berichtete, dass der Patient jedes Mal zu lächeln begann, als sich ihre Blicke trafen. Nach Beendigung der OP begann der noch auf dem Operationstisch liegende Mann laut zu schnauben und verzweifelt zu versuchen, ein Wort herauszubekommen. Der Chirurg ließ einen Stift und einen Zettel bringen, um so die Möglichkeit einer schriftlichen Kommunikation zu geben. Die Nachricht des Mannes war simpel. Schneid weiter. Mit den anderen zwei Überlebenden ist man ebenso verfahren. Eine OP ohne Narkose. Doch aufgrund ihres heftigen Lachens musste ihnen ein Lähmungsmittel gespritzt werden. Sobald dies nachließ, bettelten sie weiter nach dem Wachmachergas. Auf jede gestellte Frage zu ihren Verletzungen und warum sie sich diese zugeführt hatten, kam immer die gleiche Antwort. Ich muss wach bleiben. Nach den Operationen wurden alle drei Männer weiterhin fixiert in die Kammer zurückgebracht, wo sie darauf warteten, was mit ihnen geschehen wird. Zwischen den Forschern und den Geldgebern des Militärs brach ein Streit aus. Den Wissenschaftlern wurde Versagen auf ganzer Linie vorgeworfen und als diese darauf plädierten, die drei Männer einzuschläfern, drohte der Streit zu eskalieren. Ein befehlshabender Offizier sah stattdessen Potenzial darin, das Experiment fortzuführen und wollte herausfinden, was geschehen würde, wenn man das Gas wieder in die Kammer leitet. Trotz heftiger Proteste wurden die Wissenschaftler überstimmt und die drei Männer wurden für den weiteren Verlauf vorbereitet. Sie wurden an eine EEG angeschlossen und ihre Armfixierungen wurden so gepolstert, dass eine längere Nutzung nicht zu Schäden führt. Unter der Hoffnung, das Gas würde bald wieder eingeleitet werden, waren die drei kooperativ und ließen alles zu, was mit ihnen angestellt wurde, obwohl der lange Wachmacherentzug mittlerweile deutliche Anzeichen zeigte. Die Männer kämpften darum, nicht einzuschlafen. Ihre Techniken zum Wachbleiben waren sehr unterschiedlich. Der eine summte ununterbrochen laut vor sich hin, der Stumme drückte mit aller Macht gegen seine Fußfesseln und der letzte hielt seinen Kopf einige Zentimeter vom Kissen hoch und blinzelte ununterbrochen rapide. Der Mann, der seinen Kopf über dem Kissen schweben ließ, war der erste, der an das EEG angeschlossen wurde. Seine Gehirnströme zeigten überraschende Resultate an. Die meiste Zeit waren sie normal, manchmal jedoch erstarben sie unerklärlicherweise wie bei einem Hirntod, bis sie schlussendlich wieder normalisierten. Gebannt auf die Aufzeichnungen des EEG-Papiers starrend, merkte nur eine Krankenschwester im Augenwinkel, dass der Mann nicht mehr gegen die Müdigkeit ankämpfen konnte und seine Augen sich schlossen, sobald sein Kopf auf das Kissen sank. Seine Hirnströme wechselten sofort zu denen des Tiefschlafs und Sekunden später erstarben sie gleichzeitig mit dem Herzschlag. Der Mann, dessen Stimmbänder noch funktionsfähig waren und der dies alles mit angesehen hat, fing sofort an zu schreien und forderte, dass man ihm sofort einsperren und das Gas geben sollte. Der Kommandant gab daraufhin den Befehl, die letzten beiden Männer mit drei Forschern zusammen in der Kammer einzuschließen. Einer der ernannten drei Wissenschaftler zog panisch eine Pistole und erschoss den Befehlshaber mit einer Kugel direkt zwischen die Augen. Danach drehte er sich zu dem stummen Mann und erschoss diesen ebenfalls mit einem Kopfschuss. Letztendlich drehte er sich zu dem einzig überlebenden Mann des Testes, der immer noch an das Bett gefesselt war, während alle anderen Wissenschaftler und Krankenschwestern fluchtartig den Raum verließen. Ich werde hier nicht mit diesen Dingern eingesperrt werden. Nicht mit dir, schrie er aufgeregt. Dann fragte er den ans Bett gefesselten letzten Überlebenden. Was bist du? Ich muss es wissen. Der Gefesselte lächelte und sprach. Hast du das einfach vergessen? Wir sind du. Wir sind der Wahnsinn, der in euch allen lauert, in euren tiefsten Tiergehirn, immer darum flehend freigelassen zu werden. Wir sind das, wovor ihr euch jede Nacht in euren Bettchen versteckt, Wir sind das, was ihr betäubt bis zur Stille und Paralyse, während ihr euch zu eurem nächtlichen Zufluchtsort begebt, den wir nicht betreten können. Der Forscher erstarrte einen kurzen Augenblick, bis er seine Pistole abfeuerte und auch den letzten, der fünf Männer mit einem Schuss ins Herz, erschoss. Dieser wirkte mit letzter Kraft noch folgende Worte hervor. Fast frei. Ich bin wirklich begeistert, dass du diese Geschichte ausgedraben hast. Ich habe richtig Kopfkino gehabt, als du vorgelesen hast. Das hast du, glaube ich, an meiner Mimik gesehen. Und ja, ich bin begeistert und entsetzt zugleich. Das glaube ich, ja. Die ist ja schon ziemlich brutal, die Geschichte. Also deswegen auch die Triggerwarnung am Anfang gleich, weil, ja, wer da einen schwachen Magen hat, der sollte sich das lieber nicht anhaben. Ja, vollkommen berechtigt. Ich muss auch sagen, dass ich Menschenversuche wirklich unethisch finde und dass mich das wirklich mitnimmt. Aber gleichzeitig finde ich es auch auf eine perverse Art faszinierend, was man in Diktaturen halt leider so alles getan hat. Die Seite Russia Beyond zum Beispiel veröffentlichte zu dieser Geschichte, dass sie auf diversen Creepypasta-Seiten immer weiter ausgeschmückt wurde. Also zum Beispiel das mit den Bullaugenfenstern und den Mikrofonen und so. Also das soll in der Originalfassung nicht gewesen sein. Die sind dann immer weiterhin zugedichtet worden. Und die Originalfassung soll angeblich im Zuge eines Online-Wettbewerbes, bei dem es darum ging, die gruseligste urbane Legende zu erfinden, entstanden sein. Diese hat sich dann, wie das Internet nun mal so ist, rasend schnell im Internet verbreitet. Und viele Websites, darunter auch tatsächlich russische Websites, behaupten sogar heute noch, dass es sich dabei um ein wahres Experiment handeln soll. Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Diese Creepypasta ist aber im Netzlautstand 2016 bereits 64.030 Mal geteilt worden. Also du siehst, sie ist sehr bekannt. Wahnsinn, da hast du mich richtig auf dem falschen Fuß erwischt, denn die kannte ich noch nicht. Aber das hat es doppelspannend gemacht. Ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass diese Geschichte einen wahren Kern haben könnte, auch wenn sie dann deutlich ausgeschmückt worden ist. Das mit den Bauchorganen, die neben den lebenden Leuten gefunden wurden, bezweifle ich etwas. Aber ich glaube, dass der Kern tatsächlich wahr ist. Ich auch. Also natürlich nicht so, wie es jetzt da beschrieben wurde. Wie du schon sagst, mit den Bauchorganen und gewisse andere Sachen. Sind halt auch schon, dass man da die zehnfache Dosis an Morphin gespritzt kriegt und immun gegen Betäubungsmittel und, und, und. Aber ja, tatsächlich wird es solche Versuche in der Kriegszeit gegeben haben. Es gab ja auch viel Versuche auf deutscher Seite. Die da stattgefunden haben an Menschen. Was wir jetzt nicht weiter ausschmücken müssen, wollen. Aber das ist, ich glaube auch, dass das möglich ist. Dass der Kern irgendwie doch eine wahre Geschichte ist. Man muss hinzufügen, dass im Zweiten Weltkrieg Aufputschmittel ja auch von den Nazis genutzt wurden. Unter dem Namen Pervitin wurde auch Panzerschokolade oder Hitler's Dorb genannt. Panzerschokolade? Echt? Habe ich ja noch nie gehört. Ja, das war so ein Spitzname dafür. Dafür ursprünglich haben das Flieger bekommen, damit sie auf ihren Langstreckenflügen wach bleiben. Dann ist das wohl auch in die Hände einfacher Soldaten gelangt. Auch Offiziere haben das konsumiert. Also es handelt sich dabei um Methamphetamin. Ich weiß unter dem Namen Crystal Meth und zur Zeit viele Opfer findet. Und ich gehe davon aus, dass die Russen, die wussten, dass die Deutschen solche Substanzen verwenden, dass da auch Versuche gemacht worden sind, um herauszufinden, welche Auswirkungen solche Aufputschmittel mit sich bringen. Und ob man das beispielsweise für den Kampf nutzen kann. Wollte ich gerade sagen, was man daraus ziehen kann, wenn man solche Substanzen hat, um Menschen tagelang wach zu halten. Genau, das kann man ja eigentlich nur am Menschenversuch dann auch letztendlich klären. Leider. Leider, damals zumindest noch. Jetzt gab es halt die Versuche an den Ratten, was auch nicht schön ist, die Versuche. Ja, der Schlaf, der ist schon faszinierend auf jeden Fall. Es gibt ja auch Schlafmythen, die sich jeder so irgendwie erzählt. Ja, da habe ich dir auch noch mal so ein paar mitgebracht. Die Internetseite meinmeet.at hat da einige Schlafmythen aufgedeckt. Und unter anderem gibt es ja den Schlafmythos, der beste Schlaf ist vor Mitternacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man das sagt. Nee, das habe ich noch nie gehört. Hast du noch nie? Doch, ich habe das tatsächlich schon gehört. Das ist tatsächlich richtig. Der beste Schlaf ist im ersten Nachtdrittel und in den ersten beiden Schlafstunden. Da hat man sozusagen die intensivste und erholsamste Wirkung auf den Körper. Also was, ich gehe leider immer erst um Mitternacht schlafen. Als ich das gelesen habe, habe ich das auch gedacht, oh Mist. Ich gehe meist auch immer sehr spät erst schlafen. Da ist es aber natürlich auch wichtig, was man für Regelmäßigkeiten hat. Das zählt da alles noch mit rein. Der nächste Schlafmythos, den ich dir mitgebracht habe, ist zum Beispiel, bei Schlafproblemen sollte man einen Mittagsschlaf halten. Hast du davon schon mal gehört? Das ist mir auch neu. Ich halte den Mittagsschlaf auch für überbewertet. Genau, das ist nämlich tatsächlich auch wirklich ein Mythos. Bei Schlafproblemen helfen keine Mittagsschläfchen, besonders nicht bei Einschlafproblemen. Da baut sich nämlich nicht dieser sogenannte Schlafdruck auf, den man braucht, um abends einschlafen zu können. Also am besten keinen Mittagsschlaf machen als Erwachsene. Kinder brauchen das ja noch. Als dritten Mythos habe ich dir mitgebracht, Schäfchen zählen hilft beim Einschlafen. Das hast du aber schon mal gehört. Das habe ich schon mal gehört. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal versucht. Bei mir hat es aber nie geklappt. Nee, das ist nämlich wirklich eine Falschaussage. Forscher an der Oxford-Universität kamen nämlich zu dem Ergebnis, wer Schäfchen zählt, braucht länger, um in den Schlaf zu kommen. Am besten hilft es, wenn man sich in Gedanken ans Meer versetzt oder an einen Bach oder so. Dann soll man 20 Minuten schneller einschlafen. Ja klar, weil man das Hirn dann nicht anstrengt. Wenn man zählt, ist das ja eine kognitive Beanspruchung. Und wenn man die Gedanken ganz zur Ruhe bringt, schläft man am besten ein. So sage ich mir das. Genau. Einen habe ich noch. Und zwar geht es um das Vorschlafen. Das Vorschlafen? Hast du das schon mal gehört? Wenn Menschen irgendwie in den Urlaub fahren oder so, dass sie sagen, ich schlafe heute tagsüber ein bisschen vor, dann bin ich heute Nacht fit für die Fahrt oder so. Nein, das habe ich noch nie gehört. Ich kenne Vorglühnen, aber Vorschlafen kenne ich nicht. Ja, Vorglühnen ist kein Mythos. Das funktioniert tatsächlich. Zumindest, wenn man vom Dorf kommt. Aber das Vorschlafen ist tatsächlich auch ein Mythos. Durch die Veränderung der Schlafstruktur und den Unterbrechungen fehlt nämlich dem Körper meist die Tiefschlafphase. Und auch auf Vorrat schlafen, sollen manche Menschen versuchen, bringt gar nichts. Der Körper kann nämlich seine Energie nicht speichern. Richtig. Und wenn ich zu lange schlafe, fühle ich mich auch schon wieder geplättet. Genau. Das kenne ich nämlich auch. Wenn man drüber ist, sozusagen, ja, wenn man jetzt so, weiß ich nicht, zwölf, dreizehn Stunden geschlafen hat, dann kommt man den ganzen Tag irgendwie nicht richtig durch, ne? Geht mir auch so. Aber ich kenne das zum Beispiel auch, als ich versucht habe, unsere allererste Folge mit dem lieben Henne, der echt eine tolle Hilfe war, nachts hochzuladen, haben wir auch sehr wenig Schlaf gehabt. Und da habe ich mich nachts um drei auch schon langsam so gefühlt, als wäre ich leicht besoffen. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, das führt dann auch dazu, dass man sich so fühlt, als hätte man irgendwie ein Promille Alkohol in sich. Ja, Schlafentzug soll tatsächlich so wirken wie eine Droge. Aber, was ich auch gelesen habe, ist, dass zum Beispiel, wenn man jetzt elf Tage am Stück wach ist, was wir ja untrainiert oder, keine Ahnung, nicht einfach so hinkriegen, brauchen wir tatsächlich einfach nur dann unseren erholsamen Schlaf. Und dann sind diese kognitiven Defizite und, 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 was ich alles vorhin dir vorgetragen habe, ist dann weg. Das ist ja Wahnsinn, wie schnell Körper und Geist sich erholen können. Genau, weil das Gehirn, so habe ich das gelesen, braucht zum Beispiel keinen Schlaf. Nur unser Gedächtnis, ein paar Körperfunktionen und so. Aber das Gehirn an sich braucht keinen Schlaf. Also deswegen führt es eigentlich nicht zum Tod, nur weil du nicht schläfst. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Eine letzte Sache habe ich dir heute noch mitgebracht. Hast du schon mal was von einer Schlafparalyse gehört? Ja, die Schlafparalyse ist leider etwas, woran ich seit etwa 20 Jahren leide. Nein, echt? Ja, wirklich. Das ist ja spannend. Darüber könnten wir mal eine eigene Folge machen. Ich habe da wirklich jahrelang gegen gekämpft. Und erst neulich habe ich ein Mittel dagegen gefunden. Ah, okay. Da kommen wir gleich nochmal zu. Weil dann hast du wahrscheinlich bessere Informationen als ich. So hautnah dran. Ich habe das leider am eigenen Leib erlebt. Für alle, die es nicht kennen, eine Schlafparalyse, würde ich das jetzt einfach nochmal erklären. Und zwar anhand von Informationen der AOK. Die sagt nämlich, dass man während des Schlafes verschiedene Stadien durchläuft. Da hast du bestimmt auch schon mal von gehört. Das erste Stadium ist der Übergang zwischen Wach- und Schlafzustand. Das zweite Stadium ist ein leichter Schlaf. Da entspannt sich die Muskulatur schon. Das dritte Stadium ist dann der Tiefschlaf. Und auf den Tiefschlaf folgt dann der REM-Schlaf. Das ist die Kurzform für Rapid Eye Movement Schlaf. Während dieses REM-Schlafs zeigen sich rasche Augenbewegungen. Das haben wir bestimmt alle schon mal bei anderen Menschen gesehen, die geschlafen haben. Unsere Hirnaktivität ist tatsächlich erhöht. Und da beginnt man dann auch zu träumen. Damit man aber allerdings während des Träumens nicht irgendwelche Bewegungen ausführt. Oder vielleicht noch irgendwie um sich schlägt oder so. Ist unser Körper ja ein ganz pfiffiger. Und setzt somit unsere Muskeln oder beziehungsweise unsere Skelettmuskulatur in eine schlaffe Lähmung. Natürlich ist dabei nicht die Atemmuskulatur betroffen. Die funktioniert ja einfach ganz normal weiter. So wie auch die Augenmuskulatur. Sonst könnten sich ja unsere Augen nicht bewegen. Eigentlich wird die Lähmung durch das Erwachen sofort beendet. Wenn diese aber allerdings anhält, bis ins Wachsein hineingeht, nennt man dies eine Schlafparalyse oder auch eine Schlaflähmung. Bei dieser Schlafparalyse ist man wach, aber man kann sich nicht bewegen. Man kann nicht sprechen. Man ist praktisch wie gelähmt. Gefangen in seinem eigenen Körper. Und kann nur seine Augen bewegen. Meistens tritt die Schlafparalyse auf, während man auf dem Rücken liegt. Und diese kann auch einige Sekunden oder auch Minuten lang gehen. Man hat auch herausgefunden, dass die Schlaflähmung immer in Verbindung oder häufig in Verbindung mit Albträumen auftritt. Und dadurch, dass die Leute, wenn sie wach werden, sich nicht bewegen können, ich stelle mir das auch wirklich grausam vor, ein Gefühl von Hilflosigkeit bekommen, kann es natürlich auch dazu führen, dass man Panikattacken kriegt. Und ja, das Herz schneller schlägt und und und. Man kann sogar auch, es kann bis zu Herzrhythmusstörungen gehen, diese Panikattacken. Und manche, das finde ich krass dabei, bilden sich ein, dass sie Luftnot haben. Obwohl ja die Atemmuskulatur gar nicht beeinträchtigt ist. Aber das kommt natürlich dann auch von diesen Panikattacken. Was ich am schlimmsten fand, als ich darüber gelesen habe, ist, dass ca. ein Drittel der Personen während einer Schlafparalyse beängstigende Halluzinationen erleiden, wobei sie imaginäre, bedrohliche Präsenzen im Raum sehen. Also praktisch Gestalten, die einfach irgendwo im Raum auftauchen, meistens auch dunkle Gestalten, so wie ich aus Erfahrungsberichten gelesen habe, die auf einen zukommen, teilweise auch über einem schweben und einem auch das Gefühl geben, dass sie einem die Luft wegdrücken. Und das stelle ich mir ganz fürchterlich vor, wenn man da sich nicht bewegen kann und da schwebt wirklich eine visuelle Halluzination über einem. Ja, grausam. Da fehlen mir tatsächlich auch schon manchmal ein bisschen die Worte. Die Ursachen sind noch nicht ganz geklärt. Diese Schlafparalysen können tatsächlich in jedem Alter auftreten. Ich habe Erfahrungsberichte gelesen, wo Menschen beschrieben haben, dass sie als Kind auch schon Schlafparalysen hatten und tatsächlich gedacht haben, der Teufel kommt sie besuchen, regelmäßig. Das ist ja bestimmt auch ganz fürchterlich für so Kinder. Begünstigende Faktoren werden beschrieben, zum Beispiel Schlafentzug. Das passt gut zu unserer Geschichte heute. Unregelmäßiger Schlaf- oder Wachrhythmus, Stress, Depressionen oder auch Panikstörungen. Ich habe im Internet gelesen, dass es keine Behandlungsmöglichkeiten gibt, außer dass man seine Schlafhygiene verbessern soll, Stressoren reduzieren soll. Das ist ja bei fast allem, das ist immer, finde ich, leichter gesagt als getan. Das ist ja auch oft so, wenn du irgendwie ein Burnout hast oder ähnliche Erkrankungen, dass man gesagt hat, ja, man muss seine Stressoren reduzieren. Ja, manche können die aber noch gar nicht selber erkennen. Das kommt ja auch noch hinzu. Und man soll am besten dann auch in der Seitenlage schlafen. Danke, Julia, dass du so viel über die Schlafparalyse recherchiert hast. Jetzt möchte ich das als Betroffener einmal ein bisschen näher schildern, weil mich das doch sehr mitgenommen hat. Da bin ich jetzt tatsächlich gespannt. Also es ist schon spannend, dass du, also das habe ich ja vorher auch noch nicht von dir gewusst, wir lernen immer mehr übereinander, dass du das tatsächlich auch durchleben musstest. Also es begleitet mich seit 20 Jahren. Ich habe mehrfach versucht, darüber mit jemandem zu sprechen. Leider habe ich die Erfahrung machen müssen, dass man auch von Ärzten als verrückt dargestellt wurde, wenn man davon berichtet hat. Ach was, okay. Ich weiß auch erst seit einigen Jahren, dass das überhaupt Schlafparalyse genannt wird. Vorher wusste ich nicht, wie man das nennt. Ich wusste nicht, dass es weitere Betroffene gibt. Ich hatte einfach keine Erklärung dafür. Man denkt, man ist verrückt oder nicht? Ja, richtig. Ich habe an meiner geistigen Gesundheit gezweifelt und ich habe auch niemanden gekannt, der auch darunter leidet. Deswegen habe ich das jahrelang für mich behalten und binde das auch niemandem auf die Nase. Erst vor kurzem habe ich mich quasi selbst davon geheilt. Also ich habe eine Methode entdeckt, wie man aus dieser Lähmung herauskommt. Die möchte ich euch gleich erst mal schildern. Aber vorher erkläre ich nochmal, wie sich das anfühlt, also als Betroffener. Denn man kann sich da sicherlich nicht viel darunter vorstellen. Auch auf diese Halluzinationen möchte ich mal ein bisschen eingehen. Also ihr kennt sicher alle das Gefühl, wenn man kurz vor dem Einschlafen ist, dem Halbschlaf, wenn man so auf der Grenze zwischen Wachsein und Schlaf sich befindet und schon ein bisschen in die Traumwelt abgeleitet, dann ist es auf einmal so, als ob man von einer Sekunde auf die andere gelähmt wird. Man kann sich gar nicht mehr bewegen. Man hat auch das Gefühl, dass man nicht mehr atmen kann, was einen dann in Panik versetzt, obwohl die Atmung automatisch weiterläuft. Man hat aber das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Man möchte auch schreien, um Hilfe schreien. Man kann es aber nicht. Man fühlt sich wirklich wie in einem Schraubstock gefangen. Gleichzeitig hat man die Präsenz von etwas Bösem im Raum. Du kennst vielleicht das Gefühl, wenn man beobachtet wird, kann man niemanden ausmachen. Dieses Gefühl hat man dann. Also man glaubt, da sei irgendetwas oder jemand, der einen beobachtet und sich an der Hilflosigkeit weidet. Also ich hatte das auch schon mal, dass ich mich beobachtet gefühlt habe und es wird einem ja richtig komisch. Also es wird einem mulmig zumute, man kriegt Angst, unwohl. Also das ist alles nicht schön. Richtig. Und dann ist es teilweise auch so, dass man dieses oder diese Wesen, es sind meist mehrere, die einen beobachten, dass man die dann auch sieht. Also du hast ja früher auch, das füge ich jetzt mal ein, World of Warcraft gespielt. Und das ist ein ziemlich bekanntes Spiel. Vielleicht kennen das unsere Hörer auch. Da gibt es einen Dämon, der nennt sich Leerwandler. Das ist das Pet des Hexenmeisters. Ja, ja. Und so sehen diese Wesen aus, nur ganz kohlrahm schwarz. Ach, die nähern sich einem dann. Sie sehen immer ähnlich aus. Also sie sind humanoid, das heißt, sie haben einen Kopf, Arme, sie sind ganz schwarz. Nur die Beine sieht man nicht. Also der Körper verjüngt sich nach unten. So habe ich diese Wesen wahrgenommen. Die nähern sich einem dann. Und es ist so, als ob die sich an der eigenen Angst, an der Hilflosigkeit weiden und dann irgendwie energetisch aussaugen. So ein Gefühl hat man. Ist das eklig. Das ist wirklich ekelhaft. Das ist teilweise auch so, dass man das Gefühl hat, dass man dabei schwebt. Also ich hatte einmal das Gefühl, dass ich einen Meter hoch über meinem Bett schwebe, mich nicht bewegen kann. Und diese Wesen halt um mich herum sind und mich quasi aussaugen. Das habe ich auch gelesen. Das hat auch jemand geschrieben, der davon berichtet hat, der das hatte. Und der hat auch geschrieben, dass er sich praktisch gefühlt hat, als würde er über seinem Körper schweben. Genau das Gefühl hatte ich auch einmal. Das war wirklich beängstigend real. Also ich konnte das wirklich nicht von der Realität auseinanderhalten. Und das geht so weit, dass man wirklich Todesangst hat. Einerseits dadurch, dass man glaubt, nicht atmen zu können. Andererseits auch durch die Präsenz dieser Wesen, die man halt als dämonisch wahrnimmt. Und auch, weil man sich nicht bewegen kann, ne? Richtig. Und das steigert sich zu einem Moment. Also man glaubt wirklich, dass man sterben muss. Einerseits wegen dieser Wesen, die etwas mit einem machen. Andererseits auch, weil man keine Luft bekommt. Und das ist wirklich ein Gefühl, das ich gar nicht schildern kann. Und ich bin jetzt auch ein bisschen mitgenommen. Was immer geholfen hat, ist bei dieser Todesangst. Also bei mir, ich habe immer angefangen zu beten. Mit meiner inneren Stimme. Und das hat eigentlich immer geholfen, diese Wesen zu vertreiben. Aber ich war wirklich fassungslos. Und wie gesagt, man kann ja auch nicht mit anderen Menschen darüber sprechen, weil man für verrückt erklärt wird, wenn man von so etwas berichtet. Manche... Naja gut, dann sind die Menschen aber auch nicht sehr feinfühlig. Also ich weiß nicht, ob ich jemanden sofort für verrückt erklären würde, der mir, auch wenn ich nichts von einer Schlafparalyse gehört habe, der mir sowas berichtet. Also da ist wahrscheinlich nicht jeder gleich. Schade, dass du solche Erfahrungen gemacht hast. Ja, und zu diesen Wesen. Also ich habe teilweise, habe ich mich gefragt, sind das Halluzinationen oder sind das tatsächlich irgendwelche Entitäten? Jetzt wird es auch etwas übersinnlich. Also als ich das das letzte Mal hatte, bei diesem Mal, wo ich glaubte, bei dem Bett zu schweben, bevor ich schlafen gegangen bin, gab es in meiner Wohnung einige Dinge, die ich mir nicht erklären konnte. Also mein Fernseher ging plötzlich an. Eide, nein. Ich habe ja auch Erfahrungen. Ja, das kennst du auch. Ich bin nicht an die Fernbedienung gekommen. Der Fernseher ging praktisch von selbst an. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Dann habe ich den ausgeschaltet. Das habe ich noch als einen technischen Defekt abgetan. Dann fielen plötzlich Dinge um. Ich habe mir jetzt eingebildet, dass es an einem Luftzug liegen könnte. Allerdings waren die Fenster größtenteils geschlossen und es war kein Wind draußen. Und als ich dann eingeschlafen bin, im Halbschlaf fing das eben an, dass ich wieder diese Lähmungserscheinungen hatte. Danach habe ich mich wirklich gefragt, sind das Halluzinationen oder sind das tatsächlich irgendwelche dämonischen Wesen? Ja, wenn man gerade vorher, kurz davor, ja auch solche Erfahrungen macht, solche Erlebnisse hat, kann ich mir das schon vorstellen, dass man sich dann auch wirklich Gedanken darüber macht, ist das jetzt eigentlich meine Einbildung? Ja, ist das jetzt meinem Kopf entsprungen, was ich hier sehe? Oder ist das tatsächlich da? Richtig. Ich bin aber jetzt letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass es sich doch um Halluzinationen handelt. Ich habe nämlich, als ich das eine Mal hatte, wo ich glaubte, bei dem Bett zu schweben, habe ich danach eine kleine Google-Recherche betrieben und habe ein Gegenmittel finden können in einem Forum, dessen Namen ich vergessen habe. Und zwei Tage später fing es wieder an, dass mich dieser Lähmungszustand traf. Und dann habe ich das Mittel angewandt, was ich in diesem Forum getroffen habe. Also es ging auch wieder so los, dass ich das Gefühl hatte, dass da etwas ist, was mich beobachtet. Und dann habe ich den Tipp angewendet, den ich in diesem Forum gefunden habe. Also man ist nämlich nicht ganz gelähmt. Man muss sich auf eine Stelle des Körpers konzentrieren, beispielsweise die Spitze des linken Fingers. Und dann, wenn man gelähmt ist, konzentriert man sich, wie gesagt, zum Beispiel auf die Spitze des Fingers und versucht, diesen Finger mit geballter Willensanstrengung ein paar Millimeter zu bewegen. Und sobald einem das gelingt, kann man bald den ganzen Finger bewegen, dann die ganze Hand. Und dann ist diese Lähmung innerhalb von Sekunden weg. Allerdings ist dann auch das Gefühl, dass man beobachtet wird, dass etwas Böses präsent ist, das ist dann mit einem Male verschwunden. Naja, wenn man sich denn aber auch auf etwas anderes konzentriert, du sagst ja, man muss sich da sehr stark darauf konzentrieren und sich anstrengen, dass man diesen Finger bewegen kann, dann ist der Fokus ja auch praktisch versetzt auf den Finger und dann nimmt man wahrscheinlich auch gar nicht so die Umgebung wahr, oder? Ja, richtig. Man muss sich, wie gesagt, mit voller Konzentration auf das Bewegen des Fingers konzentrieren. Allerdings, sobald man sich wieder bewegen kann und klar im Kopf ist, verschwinden eben halt auch alle Halluzinationen von diesen Schattenwesen und dem Gefühl der Bedrohung. Es kann jetzt natürlich sein, dass diese Wesen sich auch nur nähern, wenn man eben gelähmt ist und fliehen, sobald man wieder Kontrolle über sich hat. Aber ich will jetzt kein abschließendes Urteil dazu geben. Da kann man wirklich nicht sagen, ob es Halluzinationen oder tatsächlich dämonische Wesen sind. Aber es würde mich interessieren, falls wir Hörer haben, die so etwas auch schon erlebt haben, würde ich mal gerne deren Erlebnisse dazu hören. Ja, das würde ich auch spannend finden. Und kleiner Tipp noch, falls euch so etwas jemals trifft, falls ihr das einmal erleben müsst, dann versucht wirklich das, was ich euch eben erzählt habe, konzentriert euch auf eine Körperstelle und versucht die ein paar Millimeter zu bewegen. Dann werdet ihr aus dieser Lähmung höchstwahrscheinlich aufwachen. Ja, danke für den Tipp. Der ist wahrscheinlich für Menschen, die das erleben müssen, sehr hilfreich. Ich selber habe das ja noch nicht erlebt. Ich hoffe auch, dass ich das nie erleben werde, weil ich mir das einfach wirklich unwahrscheinlich schrecklich vorstelle. Ja, waren wir nochmal sehr ernst am Ende dieser Folge, was ich auch gut finde. Mutig, dass du darüber gesprochen hast. Ja, ansonsten sind wir eigentlich schon durch für heute. Das war eine schöne Aufnahme, fand ich. Das hat Spaß gemacht. Also ich fand die heutige Folge auch richtig gut. Ich war komplett ahnungslos. Julia hat wirklich alles von mir abgehalten, was darauf hinweisen könnte, worauf sie arbeitet. Ich war komplett ahnungslos. Ich muss auch sagen, dass die Geschichte bei mir richtig Kopfkino ausgelöst hat. Und ich bin wirklich heilfroh, dass ich von meinen Erlebnissen über die Schlafparalyse endlich mal berichten konnte. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, wenn Julian dran ist und seine Geschichte mitbringt. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ich freue mich auch auf euch. Schlaft gut. Wenn ihr könnt. Ich freue mich auch auf euch.